Ja, liebe YouTube-Freunde, was macht der Bauer Hause heute? Mittwoch, nicht Oktober. Wir spritzen meinen Raps mit einem Gumbizid, Tilmor, 1,2 Liter die Hektare. Dann spritze ich Aramon gegen Alskallgetreide, 1 Liter die Hektare. Und dann habe ich noch Rapserdfloh und dann spritze ich mit einem halben Liter Supermethrin die Hektare. ... als die unlegenden Gemeinden. Der Hauptgrund in den Zentrumstädten wohnen mehr Alte, aber diese verursachen höhere Kosten. Am stärksten ist die Nebel aus der Zürich mit 3,700. Ein hochbegabener 10-Jähriger aus der Zentralschweiz ist an der Universität Zürich als Mathematikstudent abgelehnt worden, wie schon an der ETH. Er darf jedoch an einem speziellen Mathematikbeförderung ab. Der Junge hat bereits die Matura-Prüfung in Mathematik bestanden. Außerdem übersprang er in der Primarschule dreimal zur Klasse. Jetzt fahre ich Fahrgassenabend in den Raps. Hier ist es für mich einfach, den zu spritzen. Da bin ich froh. 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 Da bin ich froh.